In diesem Eimer warten junge Weinreben darauf, eingepflanzt zu werden, und zwar von Cornelia Schlepper und Johannes Bonacker. Das Paar führt gemeinsam ein Weingut in Eltville am Rhein und legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit. Zum Beispiel bauen sie die robuste Rebsorte Sauvitage hier an. Was noch ungewöhnlich ist? Zwischen den Weinreben haben sie kürzlich junge Bäume angepflanzt, zum Beispiel Elsbeeren und andere Baumarten, die sowohl mit Trockenheit als auch mit Frost klarkommen und kaum anfällig für Schädlinge sind. Cornelia Schlepper erklärt. Der Klimawandel, das ist die größte Herausforderung, die wir im Weinbau einfach haben. Und unsere Reben fit für den Klimawandel zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und da erhoffen wir uns von den Bäumen einen riesen Effekt, denn die Bäume können zwei Dinge. Zum einen, wenn sie groß sind, Schatten über unsere Reben geben. Und zum anderen werden sie Wasser aus tieferen Schichten nach oben holen und so den Reben zur Verfügung stellen. Dahinter steht die sogenannte VT-Forst-Methode. Sie schützt vor Bodenerosion und steigert die Biodiversität. Cornelia Schlepper möchte mit ihrem Lebensgefährten auch noch auf anderen Lagen des Guts Bäume anpflanzen. Das Weingut wird dabei durch die Stiftung Nachhaltiger Rheingau unterstützt. Katharina Reineck ist Vorständin dieser Stiftung, die viele Aktionen in der Region fördert. Dazu gehören einzelne Baumspenden genauso wie große Wiederaufforstungsaktionen. Die Stiftung möchte so die Menschen in der Region davon überzeugen, sich für das Thema Nachhaltigkeit zu engagieren. Vor allem innovative Ideen wie VT-Forst findet Katharina Reineck sehr interessant. Dieses VT-Forst-Projekt ist ein Novum. Es ist ein Leuchtturmprojekt für unsere Region hier im Rheingau. Etwas Neues zu versuchen erfordert Mut und dieses Engagement möchten wir gern durch einen finanziellen Beitrag zum Kauf von Bäumen unterstützen. Der Mut zu Neuem überzeugt auch Andreas Zeiselmeier. Er ist Vorstandsvorsitzender der Rheingauer Volksbank, die die Stiftung mitgegründet hat. Wir lieben und wir leben den Rheingau und deswegen unterstützen wir sehr gerne nachhaltige Projekte. Und dabei sind wir ganz oft Geburtshelfer für wahnsinnig tolle Ideen. Ein Beispiel für eines dieser Projekte ist hier VT-Forst, ein wirklich tolles Projekt, das wir sehr gerne unterstützen. Die Baumpflanzungen hier in diesem Weingebiet sollen nur der Anfang sein. Denn der Klimawandel wird die Weingüter vor große Herausforderungen stellen. Wenn sich aber noch mehr von ihnen mit solchen innovativen Ansätzen auf die Zukunft vorbereiten, ist der Weg auch noch in einigen Jahrzehnten frei für die leckeren Weine aus dieser Region. Bir Aarburg, der wir mit solchenDIEN noch nicht! Und da ist die Grund auf diese Bedienung. Und da ist die Grund für ein Geburtsch hope. Und da ist das eine Geburtsch desses woher zu leben. Ich habe es mit einem Ausflanzung und die Ausflanzung,